Ich will das hier Video, ich will das Video erstmal gucken. Trinkmahlzeiten, so ein Scheiß. Oder wie man sich sein Y-Food-Placement für die nächsten zumindest drei Monate nachhaltig versaut. Ich bin sehr gespannt. Die leckere Norte, drei montate Stelle. So ein Scheiß. Trinkmahlzeiten, ich mein, versteht mich nicht falsch. Ohne der Möglichkeit seinen durch harte Bildschirmarbeit geschundenen Körper mal schnell mit irgendeinem Zeug auf. Es gibt übrigens keinen einzigen Grund, die nicht-vegane Variante von Y-Food auch nur in Erwägung zu ziehen. Füllen zu können, müssten wir im Jahre 2022 wahrscheinlich an kilometerlangen Schlangen vor Burger King und Co. herumkennen. Aber warum im Namen der... Meines Wissens nach ist H.U.L. komplett vegan und cruelty-free, ne? Also als Company. Also wenn, dann bitte H.U.L. und nicht Y-Food. Y-Food ist scheiße. Frank Thelen. Hier, wie heißt nochmal, wie heißt nochmal der Odin-Verehrer aus dem Dschungel? Wie heißt der nochmal? Der Trottel, der auch gegen's Gendern ist. Wie heißt der denn nochmal? Habe ich vergessen. Jojo-Effekt an Beta artet das vor 50 Jahren harmlos gestartete Slim-Fast mittlerweile in einer Konsum-Apokalypse aus, die für zu viele da draußen auch richtig gefährlich werden kann. Das war ich als Deutschlands dickster Schu... Harry Weinfurt. Harry Weinfurt in der Slim-Fast-Werbung. Auch ein Klassiker. Eine absolute Legende. Pro-Master Harry Weinfurt, bevor ich mit dem neuen Slim-Fast in nur neun Wochen 27 Pfund abgenommen habe. Toll, nicht? Juhu! Ein Slim-Fast ist so nahrhaft wie eine volle Mahlzeit. Mh, lecker. Abends gab es eine warme Mahlzeit ganz nach Plan. Mit Slim-Fast habe ich es geschafft. Und Sie können es auch. Mh, gar nicht so einfach sich darüber zu informieren. Jeder Tik-Tokener weiß es immer besser als der andere. Jeder Influencer hat zu jedem Produkt immer den passenden Rabattcode. Wie größere Ahnung. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als mal selbst Bücher durchzublättern. Ah, aber warum? Oh, ich weiß. Angefangen beim Oberflächlichen, also Marketing und so n' Scheiß. Trinkmalzeiten sind cool, aufregend, gar schick. Wildfood, Mana, Huel und Blah vermitteln ein cooles Lebensgefühl. Genauso wie Zigaretten, iPads, Einkaufszentren und Alkohol. Endlich dicht. Zeit für mich. So gut kann Bier schmecken. Ihr kauft also nichts zu essen oder zu trinken. Ihr kauft ein Produkt, das euch glücklich macht, indem es Probleme in eurem Leben löst. Dass es eine Mahlzeit ist, euch satt macht oder was auch immer ist erstmal egal. Die Farben, die Bilder und die dicken Wolle. Dass es eine Mahlzeit ist, euch satt macht oder was auch immer ist erstmal egal. Die Farben, die Bilder. Die werben wirklich auf ihrer Webseite dick mit Fritz Meinecke? Das ist aber... Das ist schon mutig. Also da muss man als Firma schon relativ wenig fix auf alles geben, oder? Bilder und die dicken Worte erzeugen das Gesamtbild aus dem... Lecker, gesund oder einfach... Muss ich haben, der jetzt aufsteht und... Stell dir einfach vor, du hast Unge als Partner und wirbst mit Fritz Meinecke. Oh, die... Bei mir zieht sowas nicht. Der ist praktisch das Werbepsychologie-Opfer aus dem Bilderbuch. Und wer werft eigentlich mit so einer Scheiße? Wenn wir uns nur die Produkte selbst mal anschauen, dann sehen wir haufenweise coole Wörter wie... Proteine. Ja, hab ich schon mal gehört. Oh, laktosefrei. Cool. Gluten... Stell dir vor... Stell dir vor, du trinkst... Also laktosefreie Milch ist ja so... Also Kuhmilch. Laktosefreie Kuhmilch ist ja wohl das Dümmste. Also das ist ja wirklich an... Wer... Also das ist ja... Also das ist ja wirklich ein... Einfach ein Intelligenztest im Supermarktregal. Ne? Laktosefreie Kuhmilch. Wer das... Also wer damit rausmarschiert, den müsstest du... Da müsstest du eigentlich per Gesetz... Müsstest du die anspucken dürfen. Das ist so... Da sollte es Gesetze geben, die sagen, okay, wenn du jemanden vorm Supermarkt, der da mit einer laktosefreien Milch rausläuft, äh, äh, dann dürftest du... Musst du den straffrei anspucken dürfen. Frei R, besonders wichtig. Ohne Zucker zu sein. Aber all der Rest, denn... Naja, wird schon stimmen. Weil 99% der Käufer doch überhaupt keinen Plan haben, ey. Und nein. So wie die Dinger vermarktet werden, richtet sich sowas nicht an Kenner oder Sportler, sondern an... Was ist denn an der schlimmer als an normaler? Weil fucking Laktose halt das ist, was in... Was... Kuhmilch... Also... Ach, komm. Ausnahmslos jeden Menschen, jeden Alters. Ich mein, günstiger als ein Liter Diesel. Es geht dümmer. Müller, Milch, Kokos. Ja, das ist wirklich... Das ist wirklich das dümmste. Das ist... Das ist wirklich das allerdümmste. Bei der Existenz von Kokosmilch eine Kuhmilch nach Kokos schmecken lassen, ist wirklich das dümmste. Also da hast du vollkommen recht. Da muss ich... Das muss ich dir geben. Da sollte es ein Gesetz geben, wer sich eine Kuhmilch, die nach Kokos schmeckt, kauft, den sollte man tatsächlich ansprachen. Also der sollte... Den sollte man auch einfach straffrei rangeln dürfen. Einfach auf den Boden rangeln und schütteln. Und anschreien dabei. Ohne dass du juristisch irgendwas zu befürchten hast. Diesel, das sollte verfickt nochmal jedem zu denken geben. Aber was bedeutet jetzt eigentlich komplette Mahlzeit? 400 Kalorien? Ich esse zum Mittag mindestens das Doppelte. Und wenn ihr Sport macht, Jesus fucking Christ, dann würden jetzt mit jedem Drink eure Muskeln anfangen, sich selbst aufzuessen. My Muscles are getting beaten. Nun, ich kann es euch sagen. Denn Trinkmahlzeiten fallen in Deutschland unter die Diätverordnung. Das heißt, solch ein Mahlzeitenersatz muss bestimmte Nährstoffe haben, darf nur einen bestimmten Brennwert an Kilokalorien haben und sollte ohne Aufsicht nicht eure Hauptnahrung sein. Verfickte Wildfoods sind also nichts anderes als verfickte Slim-Fast-Di-Checks. Weil Frank Thelen wahrscheinlich der verbitterte Sohn von Harry Wineford ist und deswegen damals beim Geldreindrücken in den Laden sich rächen wollte oder whatever. Und warum gibt's recht aktuell noch beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eigentlich eine Interessenserklärung mit Y-Food in der Fußnote zu Borderline-Stoff-Zulassungen? Naja. Oder anders ausgedrückt, durch das Saufen dieser Scheiße und dem mit der Brechstange herbeigeführten Kaloriendefizit nehmt ihr erstmal ab. Aber weder nachhaltig, Stichwort Jojo-Effekt, noch bewusst, Stichwort Nährstoffe, die ihr potenziell zu viel oder zu wenig habt. Da ist es doch schon wieder. Crazy Coconut von, also Crazy Coconut von Y-Food. Es ist einfach, man sollte, also... Ja, denn eine Kleinigkeit gibt's noch, die Inhaltsstoffe. Auch wenn alle Trinkmalzeiten im Grunde sind... Ich schwöre euch, ich schwöre, klippt das, klippt das. Und ich schwöre euch, dass das passieren wird. Ich schwöre, es wird passieren. Es dauert jetzt noch drei Jahre, allerspätestens, bis die ne Kuhmilch rausbringen, die nach Hafermilch schmeckt. Und die nennen das dann, this is not Hafer. Die wird wirklich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Für alle Menschen, die gerne Hafermilch trinken. Gibt's schon. Gibt's schon? Ne. 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 Ne, das gibt es nicht. I can't believe this is not Hafer. Es gibt 50% Hafer, 50% Kuh. Ja, ne, das meine ich nicht. Ich meine schon 100% Kuhmilch, das nach Hafermilch schmeckt. Don't call it Hafer. Im Same-Sin, mit all dem zugesetzten Kram, gibt es tatsächlich Details, die sie unterschiedlich gut werden lassen. Slim Fast beispielsweise ist im Vergleich mächtig Schmutz. Aber was erwartet man auch von einem Ex-Unilever und aktuellen Nahrungsmittel-Vormisch-Unternehmen Glambia-Produkt? What the fuck? Whole Supermilk. Ist das alles? Oder kommt da alles her? Y-Food hat im Vergleich immerhin keinen klassischen Industriezucker, dafür Haferfasern, Reisstärke und Maltodextrin. Laut staatlich geprüften Ernährungsmedizinern ist das alles semi-geil. Entweder extrem aufwendig herzustellen oder lassen den Blutzuckerspiegel explodieren. Aber das kann bei Kraftsportlern vorteilhaft sein, die schnelle, explosive Energie brauchen zum richtig Gewichteballern. Das braucht aber nicht Jonas-Marie zum Mittag vorm Computer, verdammte Scheiße. Nur Huel schafft es aktuell von allen am wenigsten schlimm zu sein mit größtenteils brauchbaren, gar ernsthaft sattmachenden Zutaten. Nur sind die dann auch am teuersten. Und vegan. Erst mit bis zu 80 Euro pro Bestellung. Ja, aber das ist trotzdem 2,29 Euro pro Mahlzeit, was immer noch sehr viel günstiger ist als Y-Food, oder nicht? Y-Food kostet 3,80 Euro, das Vegane. Ah, okay, okay. Aber hey, immerhin halten sich alle an die Diätenverordnung. Also bei allen ist alles am größten Teil zu... Ist Huel empfehlenswert? Nein. Also ich verhalte von diesen ganzen Trinkmahlzeiten absolut nichts. Mag Menschen geben, die das toll finden, aber ich bin... Ich halte davon nichts. Aber Huel ist auf jeden Fall vegan. Das ist schon mal gut. Besser als der andere Schmutz, ja. ...phätisch hergestellten Nährstoffen zum Überleben drin. Aber es fehlen Vitalstoffe oder wichtige sekundäre Pflanzenstoffe, wie bei einem scheiß Apfel mit Schale zum Beispiel. Natürlich bietet fortgeschrittene Technologie neue Möglichkeiten, das Leben besser zu machen. Aber das gibt es nicht einfach bei Aldi an der Kasse. Buchstäblich. Es gibt bei Aldi Lidl und Konigmann Fitnessdrink-Ecken, weil diese Trinkmahlzeiten... Keine Ahnung, ich esse noch Nahrungsmittel, die auf dem Feld wachsen und ich unverarbeitet kaufe, ja. Das sind auch die Leute, die mir mit am meisten auf den Sack gehen. Die Leute, die sowas schreiben und dann noch einen Daumen nach oben Smiley benutzen, die sollte man auch gerichtlich anspucken dürfen. Das ist wirklich so, also diese, ach, diese Anti-Chemie-Truppe, die mir mit irgendeiner Scheiße kommt, Alter. Das sind die nervigsten Schimmelgeburten, die es gibt, wirklich. Also, vor allem haben die dann wahrscheinlich echt eine Beefy in der Hand, ne. Also, keine Ahnung, was du da machst, aber ich esse dieses hochverarbeitete Zeug überhaupt nicht, diese Chemie. Und dann essen sie so eine fucking Beefy-Roll, ey. ...zeiten richtige First-World-Problems sind, bei der sich die Industrie die Hemde reibt. Sobald es irgendwo auch nun... Hat er heute auch wieder so einen Arschloch auf Twitter, ne. Der, der, der irgendwie unter so einem, unter so einem, der hat unter jedem Werbetweet für Greenforce geschrieben. Ja, Greenforce ist ungesund, ist nicht natürlich. Und dann haben irgendwie, tausend Leute haben ihn so gefragt, okay, Bruder, was ist denn da so ungesund dran? Naja, ist verarbeitet. Ich so, wie, also, okay, also, was, aber was, was daran, was ist da jetzt ungesund dran? Also, was ist denn ungesund? Ja, das ist verarbeitet. Ich, äh, ich esse nur natürliche Sachen. Immer diese Arschlöcher, die selber kochen. Darum geht's doch gar nicht. Es geht nicht darum, ob man selber kocht oder nicht. Es geht darum, dass, äh, dass die Leute sich, äh, über irgendeinen Scheiß mit Unwahrheiten stellen wollen. Und dann von verarbeiteten Produkten sprechen. So, was heißt denn, also, I don't know. Ein bisschen zu holen gibt es die Industrie am Start, weil man am Ende alles den Leuten schönreden, nein, 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 einreden kann, dass man es unbedingt braucht. Trinkmalzeiten helfen euch vielleicht dabei, wenn ihr anfangen wollt, abzunehmen. Sie helfen euch aber im Leben nicht, euer Essverhalten zu verändern oder gesünder zu leben. Ihr verliert dazu noch euer Kaugefühl, äh, Genuss und kriegt dann Heißfungerattacken auf feste Nahrung. Bewegung und vielseitiges Essen will der Körper, aber nicht euer Geist. Der will trinkbare, coole Produkte. Deswegen sind Trinkmalzeiten... So ein Scheiß! Ja, bei Essstörungen kann das schon helfen. Naja, ich glaube nicht, dass die Zielgruppe Menschen mit Essstörungen sind, oder? Ja, ich glaube nicht, dass die Zielgruppe Menschen mit Essstörungen sind, oder? Ja, ich glaube nicht, dass die Zielgruppe Menschen mit Essstörungen sind, oder?